Hallo zusammen, was den aktuellen Kryptomarkt angeht, kann man glaube ich zur Zeit nur das Beste hoffen, aber auf der anderen Seite glaube ich, kann man sich schon auch auf das Allerschlimmste vorbereiten. Immerhin gestern hat die SEC noch sämtliche Bitcoin-Spot-ETF-Entscheidungen für dieses Jahr pauschal abgesagt und aufs nächste Jahr verschoben und gleichzeitig hat ja die FED letzte Woche angekündigt, dass es noch mindestens einen weiteren Zinsschritt in diesem Jahr geben wird und dass die Zinsen auch weiterhin im nächsten Jahr auf einem hohen Niveau bleiben werden. Und dann hört man ja auch nichts besonders Gutes von Binance. Also wenn Binance irgendwie die Biegel macht, dann sprechen wir glaube ich schon von einem neuen FTX gegen Ende des Jahres und positive Impulse gibt es eigentlich kaum welche. Da gibt es so diese Idee, dass jetzt hier im Oktober die Kurse wieder hochgehen, weil historisch gesehen der Oktober immer besser war als der September. Aber ich meine, was für eine Relevanz hat das eigentlich? Und dann kann man vielleicht noch auf so eine Jahresend-Rallye hoffen, wenn es auf die Spot-ETF-Entscheidungen zugeht im Januar. Das heißt also, wenn quasi das Hopium losgeht im Dezember, könnten die Kurse wieder hochgehen. Aber auch das ist eine schmale Hoffnung, weil man weiß ja nicht von wo aus die Rallye dann starten wird, also wie weit es eigentlich bis dahin runtergehen wird. So und das hoffen und das bangen, das sind so quasi die zwei Anwendungsfälle des FX-Protokolls, das eigentlich F von X-Protokoll heißt, aber alle sagen FX-Protokoll, deshalb mache ich das jetzt auch. Auf der einen Seite bietet das FX-Protokoll nämlich einen Stablecoin, mit dem man sich absichern kann gegen fallende Ether-Kurse. Und auf der anderen Seite gibt es eben einen anderen Token, mit dem man quasi eine gehebelte Long-Position eingehen kann auf den Ether. Das heißt, dieser Bereich, der würde dann so quasi das Hoffen abbilden. Und das Besondere an diesem Protokoll ist, dass dieses Protokoll von nichts anderem abhängt als vom Ether-Preis. Das heißt, es hat keine einzige Off-Chain-Abhängigkeit. Das heißt also, der Stablecoin zum Beispiel hängt nicht davon ab, wie viel Geld irgendwo auf einem Konto liegt, wie beim USDT und hängt auch nicht davon ab, was die Regulierung sagt, wie beim USDC, die dann einfach mal so Protokolle wie Tornado Cash aus heiterem Himmel sperren. Und man hat auch bei dem Stablecoin nicht, wie bei den überbesicherten Stablecoins, wie zum Beispiel dem DAI und dem CurveUSD, dieses Gehassel mit der Sicherheit, die man hinterlegt hat und mit den Liquidierungen und ähnlichem. Man kauft diesen F-Token, so heißt er, also diesen Stablecoin und ist fertig. So und auf der anderen Seite der X-Token, hier kommt das X von F von X ins Spiel. Das ist quasi ein Token, den man kauft und dann hat man automatisch eine gehebelte Longposition auf den Ether. Zurzeit liegt der Hebel, glaube ich, bei 3,5 und man hat auch hier nicht wie bei zum Beispiel Perps oder ähnlichen Optionen oder so, dass das dauernde Rumgerödel mit irgendwelchen Margin, den man hinterlegt und irgendwelchen Funding Rates, die dann die Gewinne auffressen und Liquidierungen, die drohen und ähnliches. All das hat man nicht, sondern wenn man den X-Token kauft, dann hat man eine dreifach gehebelte Longposition auf den Ether und ist fertig, muss nichts anderes mehr machen und das würde ja quasi an so das Hoffen abbilden. Und wie das Ganze funktioniert, das möchte ich in diesem Video gerne mal zeigen. Auf der Seite vom FX-Protokoll sieht man erstmal die beiden Tokens. Auf der linken Seite hier in blau schon mal der F-Eth, das ist der Stablecoin und auf der rechten Seite der X-Eth, das ist quasi der Token, der die gehebelte Longposition repräsentiert. Und wenn ich mir diesen Token kaufe, dann habe ich also eine gehebelte Longposition auf den Ether. Der Hebel beträgt 3,32. Ich kann quasi nicht liquidiert werden. Allerdings kann natürlich meine Einlage schon im Wert verfallen, ganz klar, weil ich habe eine gehebelte Longposition. Das heißt, wenn der Ether-Kurs sich runter bewegt, dann geht quasi der Wert meiner Einlage hier drastisch runter, weil ich ja eben dreieinhalbfachen Hebel habe. Und das ist auch der Grund, warum ich hier von diesem X-Eth-Token die nächsten Wochen erstmal die Finger lasse. Aber ich bin natürlich, was den Ether angeht, grundsätzlich total bullish. Und das heißt also, zu einem späteren Zeitpunkt würde ich eher wieder wechseln in den X-Eth von dem F-Eth zum Beispiel. Also aktuell die Situation würde eher nahelegen, hier in den F-Eth zu investieren, also in den Stablecoin. Und wenn man sich den anschaut, dann sieht man, dass der also direkt hier bei 0,98 Dollar liegt. Ist also gar nicht mehr ein Dollar wert. Und das ist noch nicht mal ein Unfall, sondern das ist quasi bei Design, das ist Absicht. Und da dachte ich so, als ich das erst mal gelesen habe, hä, was ist das denn für ein Stablecoin, der quasi als im Design drin hat, dass er seine Dollar-Anbindung verliert. Völlig nutzlos, brauche ich nicht. Aber dieser Stablecoin, der schwankt tatsächlich im Wert mit dem Ether-Preis, das heißt, wenn der Ether-Preis runtergeht, dann geht auch dieser Stablecoin im Wert runter. Und gleichzeitig, wenn der Ether hochgeht, geht der auch wieder hoch, dieser Stablecoin im Wert. Aber der Trick dabei ist, dass quasi die Schwankungen wesentlich kleiner sind in dem Stablecoin als im Ether. Also das heißt, wenn der Ether drastisch runtergeht, dann geht dieser Stablecoin nur leicht runter. Geht der Ether um 30% runter, geht dieser Stablecoin nur um 3% runter, sodass man also quasi dadurch, dass der Ether fällt, immer mehr Kaufkraft gegenüber dem Ether hat, wenn man diesen Stablecoin in seinem Wallet hat. Und natürlich ist hier schon die Frage berechtigt, warum sollte man jetzt überhaupt in diesen F-Eth, in diesen Stablecoin reingehen? Man kann ja auch USDT oder USDC nehmen. Und klar, also USDT und USDC haben so gewisse Abhängigkeiten, die man in gewisser Weise nicht kontrollieren kann. Das muss dann jeder für sich selber entscheiden, für wie wichtig er diese Abhängigkeiten hält. Aber wenn man jetzt also wirklich abgesichert sein möchte gegenüber diesen Off-Chain-Risiken, wie zum Beispiel Regulierung oder irgendwelchen Assets auf irgendwelchen Bankkonten oder irgendeinem Collateral, das man hinterlegt hat, dann ist der F-Eth tatsächlich eine gute Idee. Vor allem, wenn man diesen Token nur benutzen möchte, um dann später günstig Ether wieder einzukaufen, weil dann müsste man eigentlich von da wieder wechseln in den X-Eth. Denn diese leichten Verluste, die man im F-Eth macht, würde man bei steigenden Kursen sehr, sehr schnell wieder zurückbekommen durch den X-Eth, durch den Hebel, der da drin ist. Und das ist hier so die ganze Idee dahinter. Das heißt also, Off-Chain-Abhängigkeiten minimieren und gleichzeitig natürlich dann die Chance durch den X-Eth, die leichten Verluste, die man gemacht hat, wieder reinzuholen. Das ist die Idee hier. Und warum ist der F-Token jetzt schon auf 98 Cent runtergegangen? Das liegt daran, dass damals, als das Protokoll gestartet ist, der Ether noch bei 1836 Dollar war. Und inzwischen sind wir, glaube ich, bei 1600 Dollar so um den Dreh. Das heißt, er ist um 200 Dollar runtergegangen. Und prozentual gesehen ist das natürlich ein sehr viel größerer Verlust, als der F-Token hier gemacht hat, wenn er von 1 Dollar auf 98 Cent runtergeht. Das ist ja etwas weniger als 2 Prozent hier, sodass also der F-Token quasi hier seinen Zweck erfüllt hat. Denn der F-Token ist weniger stark gefallen als der Ether im Kurs. Also wie funktioniert das Ganze? Wir haben diese zwei Tokens, den F-Token und den X-Token und die hängen irgendwie zusammen und die hängen auch irgendwie mit dem Etherpreis zusammen. Der Referenzpreis ist zunächst mal der Etherpreis vom 3.8.23. Das ist ganz einfach das Datum, an dem das Protokoll live gegangen ist. Und der lag damals bei 1837 US-Dollar. Und dann haben wir diesen F-Token und der F-Token bewegt sich seitdem mit diesem Etherpreis nach oben und nach unten. Aber nicht ganz so stark, sondern die Volatilität des F-Tokens ist quasi nur 10 Prozent des Ether selber. Man spricht dann von einem Beta von 0,1, weil das ist eben 10 Prozent der Volatilität des Referenzassets. Und das heißt also, wenn der Ether um 10 Prozent steigt, dann steigt der F-Token nur um 1 Prozent. Also das heißt, man muss die prozentuale Steigerung durch 10 Teilen und dann hat man also die Steigerung des F-Tokens. Und der X-Token, der dient jetzt dazu, diese gesamte Volatilität, also die restliche Volatilität aufzufangen. Das heißt also, die Volatilität muss ja irgendwo hin. Also der Ether steigt und schwankt und der F-Token steigt ein bisschen und schwankt ein bisschen. Und der X-Token muss dafür sorgen, dass jetzt das Gesamtsystem quasi wieder stimmt. Und deshalb muss dieser X-Token quasi, man kann sagen, die ganze restliche Volatilität auffangen. Und das heißt also, man muss sich jetzt mal ein bisschen fragen, was ist Beta jetzt genau? Und Low Beta, also niedriges Beta, heißt in dem Fall eben, dass die Volatilität des entsprechenden Assets niedriger ist als der Markt. Das heißt also, wenn Beta kleiner ist als 1, dann schwankt das Asset nicht so stark wie der Markt. Der Markt ist in diesem Fall der Ether. Und ein High Beta Asset, das quasi das, wo das Beta dann größer ist als 1, das schwankt dann stärker als der Markt. Das heißt also, wenn der Markt irgendwie um 10% hoch geht, dann geht dieses Asset quasi um 100% hoch oder irgendwas sowas in dieser Art. Und der Markt hat dann eben quasi ein Beta von 1, kann man so sagen. Und ein Stablecoin, der sich überhaupt gar nicht im Verhältnis zum Markt befindet, der also immer stabil bleibt, hätte ein Beta von 0. Also das mal so theoretisch. Und unser Stablecoin, unser sogenannter, der F-Eth, der F-Token, der hat eben ein Beta von 0,1. Jetzt nochmal ganz kurz, um sich das zu veranschaulichen. Man hat also hier einen Gesamtmarkt, sagen wir mal den S&P 500. Das könnte auch der DAX sein oder irgendeiner. Und hier ist jetzt ein Fantasiejahr, eine Fantasiekurve. Ist alles total vereinfacht. Auch die Punkte, die an der Seite stehen. Und dann hat man also quasi ein Low-Beta, sagen wir mal einen Index, einen ETF, der alle Assets umfasst, die zwar in dieselbe Richtung gehen wie der Gesamtmarkt, aber eben in sehr viel geringem Maß. Das ist hier die blaue Kurve, also der Markt selber, der S&P 500, ist hier die dicke grüne Kurve. Und das Low-Beta-Asset, also das ETF, den man jetzt auflegen würde, der nicht so stark schwankt, das ist dann eben hier die blaue Kurve. Und man sieht also, wenn der Markt hoch geht, dann geht diese Kurve nur ein bisschen hoch. Und wenn der Markt runter geht, dann geht diese Kurve auch nur ein bisschen runter. Und das führt dann hier so ab August in diesem Beispiel dazu, dass tatsächlich der Low-Beta im Plus ist im Vergleich zum Gesamtmarkt. Aber in der Zeit vorher ist der Low-Beta-ETF, den es wahrscheinlich gar nicht gibt, oder vielleicht gibt es ihn doch, dass er eben im Minus ist im Vergleich zum S&P 500. Und dann gibt es eben das Gegenbeispiel, sagen wir mal einen High-Beta-ETF zum S&P 500. Wenn also jetzt quasi der Markt ein bisschen hoch geht, dann geht hier diese rote Kurve deutlich hoch. Das wäre also der Kurs von einem High-Beta-ETF. Und gleichzeitig, wenn der Referenzmarkt, also der S&P 500 runter geht, dann geht dieses Asset drastisch runter, sodass also der High-Beta-ETF auf jeden Fall, wenn es schlecht läuft, für das Asset deutlich unter dem Low-Beta und auch nochmal deutlich unter dem Referenz-Asset liegt. Also das ist tatsächlich ein Konzept, das jetzt gar nicht mal so sehr von dem FX-Protokoll stammt. Das haben die sich nicht selber ausgedacht, sondern einfach nur abgeguckt aus der traditionellen Finanzwelt. Und tatsächlich, wenn man sich den Kursverlauf des F-Tokens seit dem Beginn des Projektes anschaut, dann ist es also so, das Projekt ist gestartet mit einem Referenzpreis, mit einem Etherpreis von 1837 US-Dollar. Und der F-Token, der lag damals dann eben bei 1 US-Dollar, wie es sich für einen Stablecoin gehört. Der Ether ist inzwischen runtergegangen seitdem, der liegt so bei 1591 US-Dollar. Und das heißt, es entspricht einem Minus von 13 Prozent. Und weil der F-Token eben ein Beta von 0,1 hat, heißt das, er dürfte jetzt eigentlich nur um 1,3 Prozent fallen, weil Beta an 0,1, das ist ein Zehntel. Ein Zehntel von 13 Prozent ist 1,3 Prozent. Also müsste jetzt der F-Token 1,3 Prozent Minus gemacht haben, statt 13 Prozent wie der Ether. Und das ist tatsächlich auch der Fall. Der Kurs vom F-Token liegt bei 0,987 US-Dollar und das wäre ein Drop von 1,3 Prozent. So und jetzt ist aber die Frage, wie funktioniert das mit dem Preis vom X-Eth? Weil also das mit dem F-Token finde ich relativ simpel, aber der X-Eth, der Preis, wie kommt der jetzt zustande? Und das oberste Prinzip hier in diesem Protokoll ist, dass alle Tokens insgesamt immer durch Ether gedeckt sein müssen. Also das heißt, der Wert der X-Eth und der Wert der F-Eth, wenn man die zusammen addiert, X-Token plus F-Token müssen insgesamt den Gesamtwert vom Ether ergeben. Das heißt also, man hat hier diese Gleichung mal, also Gesamtwert Ether gleich Gesamtwert F-Token plus Gesamtwert X-Token, damit das ganze System funktioniert. Weil es kann ja nicht sein, dass Geld aus dem System verschwindet und es kann auch nicht sein, dass irgendwie Geld aus dem Nichts in das System reinkommt. Ich meine, wo soll es herkommen? Geld kommt nicht einfach aus dem Nichts. Das heißt, es wird Ether eingelegt und das ist quasi die Summe, die dieses Gesamtsystem deckt. Und das heißt also, alles, was die F-Tokens wert sind, addiert mit allem, was die X-Tokens wert sind, ergibt den Gesamtwert der Ether. Und daraus lässt sich tatsächlich der Preis des X-Tokens super einfach berechnen. Ich habe hier einfach mal ein bisschen substituiert, also Gesamtwert des Anzahl mal Preis und dann habe ich die Gleichung ein bisschen umgestellt. Und dann ergibt sich also quasi eine Formel, mit der sich der X-Token berechnen lässt. Und ich lasse das jetzt einfach mal so stehen für diejenigen, die Lust haben, das nachzuvollziehen. Könnt ihr euch das einfach in Ruhe angucken. Ansonsten weiter zur nächsten Folie. Das ist jetzt quasi ein Screenshot von heute, von der Webseite, vom FX-Protokoll. Und wir haben hier tatsächlich also insgesamt 2,7 Millionen ungefähr US-Dollar an Wert drin. Das ist hier dieser grüne Pfeil. Und man hat hier also auch ein Gesamtwert aller F-Tokens, nämlich das ist quasi der Preis 0,9866 mal unten die Gesamtzahl, den der Gesamtsupply 1,9 Millionen, 1,98 Millionen. Und es kommt eben ein Gesamtwert an F-Eth raus. Und außerdem haben wir hier auch den gesamten Supply, also die Anzahl aller X-Tokens. Und das sind genau die drei Werte, die wir in unserer Formel benötigen. Und wenn ich diese ganzen Zahlen einsetze in die Formel von eben, dann kommt tatsächlich der richtige Preis für den X-Token raus, nämlich 0,67 US-Dollar, also ungefähr 67 Cent. Und das kann ich auch in dem Screenshot von eben nochmal nachschauen, denn der aktuelle Preis vom X-Eth, der liegt tatsächlich bei 0,6716 US-Dollar. Und was wäre eigentlich, wenn ich beim Start des Projektes einen Ether in F-Tokens getauscht hätte? Dann hätte ich ja 1837 F-Tokens bekommen, denn der F-Token hat ja einen Wert von 1 Dollar. Das heißt also, der Ether war bei 1837 beim Start des Projekts. Ich hätte also 1837 F-Tokens bekommen für einen Ether. Und inzwischen wären diese F-Tokens dann nur noch 1812 US-Dollar wert. Ich hätte also 24 Dollar Minus gemacht mit dem F-Token. Und das ist nichts im Vergleich zu dem Preisverfall des Ether in der Zeit. Der ist um circa 240 US-Dollar runtergegangen. Und daran sieht man auch gut, was Beta gleich 0,1 heißt, also ein Zehntel. Denn der Verlust, den ich im F-Token mache, ist nur ein Zehntel dessen, was ich machen würde, wenn ich den Ether in meinem Wallet halten würde. Und dagegen der X-Token, wenn ich also für einen Ether beim Start des Projektes X-Tokens gekauft hätte, hätte ich auch 1837 X-Tokens bekommen, weil auch der X-Token beim Start des Projektes einen Kurs von 1 Dollar hatte. Und diese X-Tokens, die ich damals gekauft hätte, wären jetzt nur noch 1230 US-Dollar wert. Also immerhin ein Minus von 607 US-Dollar. Sehr, sehr viel. Klar, der X-Token ist ja auch eine gehebelte Long-Position auf den Ether, sodass also wenn der Ether im Preis verfällt, dann verfällt der X-Token sehr viel mehr im Preis durch diesen Hebel eben. Und was wäre eigentlich passiert, wenn der Ether jetzt gestiegen wäre und nicht gefallen? Also zum Beispiel auf 2100 US-Dollar. Das wäre ja dann ein Plus von 14 Prozent. Und bei einem Beta von 0,1 wäre der F-Token dann eben auf nur um 1,4 Prozent gestiegen und er würde dann heute 1,014 US-Dollar kosten. Und meine ETH, die ich damals gekauft hätte, also wenn ich damals einen Ether umgewandelt hätte in F-Tokens, dann hätte ich 1837 F-Tokens bekommen und die wären dann jetzt 1861 Dollar wert. Ich hätte also um die 25 Dollar plus gemacht. Das ist ja eigentlich fast gar nichts. Und gleichzeitig, wenn ich damals den X-Token gekauft hätte, also für einen Ether 1837 X-Tokens bekommen hätte, dann hätte ich jetzt quasi einen Wert von 2533 US-Dollar in meinen X-Tokens und das wäre ein Plus von 697, also fast 700 US-Dollar, die ich verdient hätte bei einer Kurssteigerung von 14 Prozent. Das ist natürlich dann eine ganze Menge und daran sieht man, dass es sich also tatsächlich lohnt, vom F-Token in den X-Token bei Zeiten zu wechseln, wenn die Marktbedingungen dann wieder positiv sind. Und gleichzeitig durch diesen hohen Hebel hat man aber auch ein bisschen Zeit, denn man muss jetzt nicht auf jede Kursschwankung reagieren, denn wenn man im F-Token drin ist, dann hat man zwar so ein bisschen Kursschwankungen, aber man sieht ja hier an dem Beispiel, wie schnell es eigentlich geht, dass man dann quasi die Kursverluste, die man im F-Token gemacht hat, wieder rauskriegt durch diese gehebelten Positionen im X-Token. Also das heißt, dieses ganze Protokoll deckt eigentlich beide Situationen ab und ist quasi wie gemacht, um jetzt so eine Art Dollar-Cost-Averaging zu machen in den Ether rein, indem man quasi den F-Token erstmal hält, während die Kurse runtergehen, wenn und dann abwartet, wie sich der Markt entwickelt und wenn sich die ganze Stimmung deutlich aufhält, dann kann man ganz in aller Ruhe in den X-Token wechseln und dann den Hebel nutzen, um quasi alles, was man an geringen Verlusten im F-Token gemacht hat, direkt wieder wettzumachen. Und je mehr ich mich mit dem FX-Protokoll tatsächlich beschäftigt habe, desto mehr habe ich wirklich meine eigene Investment-Idee für die letzten Monate diesen Jahres in Frage gestellt, weil also die Idee bei mir ist letztendlich, also ich bewerte wahrscheinlich eher subjektiv die Wahrscheinlichkeit, dass der Ether runtergeht oder raufgeht im Moment subjektiv. Jetzt im September habe ich also deutlich, deutlich das Gefühl, dass der Ether mehr Dowden-Side-Potenzial hat als Upside, sodass ich also jetzt quasi mich mehr in Stablecoins positionieren würde nach und nach und dann später wieder umgekehrt. Ja und immer wenn ich in Stablecoins gehe, kommt bei mir also ein ungutes Gefühl auf, also bei den überbesicherten Stablecoins gar nicht mal so sehr, aber vor allem bei den zentralisierten Stablecoins wie USDC, USDT und dann fallen auch schon wieder ganz viele Pools weg, weil in vielen Stablecoin-Pools ist eigentlich USDC und USDT drin. Und ja, dann je mehr ich also mich jetzt mit FX beschäftigt habe, desto weniger Lust habe ich eigentlich Stablecoins zu kaufen, weil im Grunde bin ich ja langfristig gesehen wirklich Long ETH, also ganz klar. Und warum eigentlich dieses ganze System verlassen? Warum nicht leichte Kursverluste in Kauf nehmen, dafür aber komplett unabhängig zu sein von diesen ganzen Off-Chain-Einflussfaktoren? Und natürlich muss man jetzt auch nicht quasi all in auf dieses Protokoll gehen, würde ich auch nicht machen, weil das Protokoll ja noch relativ jung ist. Es läuft jetzt seit dem 23.8. live, also das sind gerade mal ein paar Wochen, da würde ich jetzt also nicht allzu viel reinstecken, aber ich würde das Ganze gerne beobachten. Ich werde damit auch aktiv arbeiten in den nächsten Wochen und einfach immer mal wieder von dem F-Token in den X-Token oder umgekehrt wechseln. Und das ist so quasi mein Fazit für dieses Protokoll. Ich bin also ziemlich positiv überrascht, weil bei mir war quasi die erste Reaktion, hä, was für ein Schwachsinn? Und dann nach und nach ist es also gedämmert, wie genial eigentlich die Idee dahinter ist und wie nützlich das Ganze ist. Ich würde mich freuen, wenn dieser Effekt durch mein Video bei euch irgendwie auch eingetreten wäre und ich freue mich schon aufs nächste Video. Bis dahin, alles Gute, Tschüss!